Mit der Gründung Firma Grob GmbH Antriebstechnik im Jahre 1945 haben wir uns mit unserer Firmenhistorie zu einem marktführenden Unternehmen im Bereich Antriebssysteme entwickelt. Durch unsere fortgeschrittene Entwicklung und Produktion ist es uns möglich, Innovationen auf den Markt zu bringen. Das Unternehmen Grob bietet Lösungen rund um Antriebsprobleme durch ein vielfältiges Standardprogramm, welches wir immer weiter ausbauen. Aber auch die Lohnarbeit hat für uns weiterhin einen hohen Stellenwert. Alle Zerspannungsprozesse werden bei uns im Hause durchgeführt und lassen auch so anspruchsvolle Lösungen zu. Die Kundenzufriedenheit stellen wir über alles. Durch maßgeschneiderte Antriebslösungen wollen wir die erste Wahl am Markt sein. Mit unserer Schubkette haben wir dies auch erreichen können. Die Lösung liegt in einer modernen Fertigungssteuerung und ganz gegen den Trend in einem gut sortierten Lager. In beides investieren wir heute sehr viel und optimieren das Ganze mit Ideen, die von Mitarbeitern kommen. Heute fertigen wir mit modernsten Maschinen unsere Hubgetriebe. Nicht nur nach Katalog, sondern auch ganz individuell nach Kundenwünsche. Unsere Entwicklungen und Erfahrungen zeigen, dass es immer wichtig ist, Nachwuchskräfte selbst auszubilden. So stellen wir sicher, dass die Mitarbeiter bei uns überdurchschnittlich und gesund wachsen. Im 70. Jubiläumsjahr haben wir allein 30 Auszubildende in sechs Ausbildungsberufen. 1999 machen sich die Grob-Mitarbeiter mit viel Energie ans Werk, ihren Betrieb nach DIN ISO 9001 zu zertifizieren. Dank dieser Qualitätsmanagementsysteme können nun Kunden und Partner auf der ganzen Welt sicher sein. Grob bietet stets höchstmöglichen Qualitätsstandards. Unsere Stärken sind kurze Lieferzeiten, die aus dem Zusammenspiel aller Prozesse und unseres hervorragenden Lagervorrats resultieren. Dabei ist unser Geschäft mehr als nur etwas termingerecht zu versenden. Die meisten Getriebe werden aus einer Vielzahl von Baugruppen mit spezifischen fertigen Teilen kombiniert, geprüft und getestet, bevor wir liefern. Das Zeitfenster ist dabei eng, das Standard hoch. Unsere Kunden können darauf vertrauen, dass sie das Bestellte in wenigen Tagen erhalten. Denn kurze Lieferzeiten sind heute für Branchen sehr entscheidend. Klar ist, wir sind in 70 Jahren schnell aber gesund gewachsen und werden stets in einem offenen Dialog mit unseren Partnern treu. Jetzt hat wieder ein neuer Lebenszyklus in unserem Unternehmen begonnen. Wir verfolgen weiter konsequent den Systemgedanken an umfassenden Palette standardisierte Automobillösungen. Damit kann grob vielfältige Linealbewegungen mit allen Zubehörnstandard oder ganz individuell kostengünstig direkt aus einer Hand liefern. Wir sind sehr nah an Kunden, haben modernste Fertigungseinrichtungen, eine hochmotivierte Mannschaft. Das ist die Basis, um Marktführer zu werden. Und das werden wir auch ganz bestimmt schaffen. Unser Fokus liegt bei der Übernahme unserer Auszubildenden, welche eine qualitativ hochwertige Ausbildungszeit bei grob genießen. Ein Vorteil im steigenden Wettbewerb mit konkurrierenden Unternehmen, denn unsere Auszubildenden entwickeln sich zu Mitarbeitern mit außerordentlichem Fachwissen, sind daher mittlerweile oft in führenden Positionen im Unternehmen tätig. Wenn Sie sich ein Bild über unser Unternehmen und unsere Arbeit machen möchten, schauen Sie einfach auf unserer Website vorbei und kontaktieren Sie uns, damit wir Ihnen ein Angebot unterbreiten können, das Sie überzeugen wird.